Ja, schön hier aus. Für die Zirke platzt. Nix, sonst kann ich es jetzt. Die noch ohne Runde. Ah, 14, Sektor 2. Leichte Verbesserung. Aber unjöd ist die Runde. Kannst du die Streckenkarte anlachen, Bucky im Menü. Rechts. Kannst du die Streckenkarte anmachen. Oh, die ist neu, oder? Ja, wenn die Streckenkarte rot ist, dann ist dann die für die Runde unten. Ah, ja. Spiegel. Mal gucken, wie er im Vergleich zum Hochkantakt sieht. Ja, wird ein bisschen schneller sein. So, jetzt kann man schon 14-11 einordnen. Aber hier unten ist ein Anbieter. Aber die Streckenkarte gehört. Also, Mratek. Über 16. Da kannst du mal einen Spur nach vorne geben. Ah, wenn jetzt nicht das Auto hier im 6x gelesen. Aber hier unten ist die Streckenkarte. Ja. Das ist ein Anbieter. 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 Vielen Dank.